So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Call of Duty Modern Warfare und zwar das Remastered. Na gut, dann gehen wir mal da raus, die Nuklearbombe. Hat ziemlich viel Schaden an uns angerichtet anscheinend. Vielleicht werden wir ja grün, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Na, aber schaut gut aus. Kann man nichts sagen. Grafisch ist es echt eine Augenweide. Mit dem Rotfilter. Schaut echt geil aus. Ob das so intelligent war? Aber gut, mir ist ja wurscht. Meine Kameraden alle tot. Nehme ich mal stark an. Wo muss ich hin? Naja. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Das ist ein Feindling, Captain. Al-Assad wird sich niemals als Opfer. Es geht ein Versteck in Aserbaidschan, das Al-Assad benutzt hat. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Verstanden, Nikolai. Geh erst, stell einen Jeep zusammen. Wir reisen nach Aserbaidschan. Jawohl, Sir. Soll schön dort um diese Jahreszeit sein. Da ist Kameras, Mann. Na los. Al-Assad ist im Dorf. Die Ultranationalisten beschützen ihn. Perfekt. Bewegung. Geile Waffe. Ja, endlich wieder was Gescheites. Hat das doch nicht überlebt, die Atomrakete. Schade. Was zur Hölle ist denn da oben los? Es sind die Ultranationalisten. Sie töten die Dorfbewohner. Aber nicht mehr lange. Alter, von allen Seiten. Von allen Seiten. Ich laufe rein und ich werde von allen Seiten beschossen. Ah, es ist so schlimm einfach. Okay, okay. Ganz ruhig. Alles cool. Na, kannst du da nicht draufklettern? Oh ja. Ich geh mal rauf. Ich geh weiter rauf. Ah, bitte. Geh da rauf. Danke. Okay. Wartet's einmal. Ich habe eine Shotgun mit. Na, die brauche ich nicht. Aber ich hätte gerne das und das hätte ich gerne. Jawohl. So, rufen Sie Luft um das Sitzung für das Gebäude da. Für welches Gebäude? Für welches Gebäude? Für das? Wo sind zwei Fünfte hier? Sind auf dem Weg. Bereithalten für Luft und dürfen Sie zurück. Achtung, der andere! Ich sehe... Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Ich möchte mir das anschauen mit dem Helikopter. Okay, gut. Das geht nicht. Das muss erst refreshen. Nehme ich das nochmal an. Ich weiß nicht. Ah, okay. Passt. Verstehe. Schatz, es kommt immer wieder wer neuer danach. Jetzt ist schon der nächste da. Jetzt schieße ich den ab. Jetzt kommt der nächste da rein, Schatz. Jetzt schieße ich den ab. Na, der hat das überlebt. Moment. Und jetzt kommt sicher gleich der nächste nach, oder? Da unten auch immer bei der Kante. Da, Schatz. Und da drinnen sollte irgendwer sein. Ich weiß es nicht. Ich werfe vor allem eine Granate da nach vorne. Zack. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Fetzt das Ding weg. Das schauen wir uns jetzt aber auch an. Wir haben es bei den anderen, haben wir es leider Gottes verpasst. Ja, ich hoffe, das bringt sich was. Ähm, kann ich das so? Einfach runterspringen. Okay, bloß gut. Entschuldige, Gez. Alter, alter, alter. Gott sei Dank. Boom, das war knapp. Komm raus. Na? Geht ja. Das kann ja nicht wahr sein. Nachladen. Wie viele kommen denn da? Das ist euer Ernst? Wie viele? Da müsste eigentlich schon der volle Leichenhaufen vor der Türe sein, oder? Wenig Munition. Haben wir mal eine Granate daraus? So. Haben wir es? Na, da oben ist noch einer. Da oben sind sogar noch zwei. Und es kommen neue Gegner raus. Neue Wellen. Ich pack's nicht. Alter, habt ihr das gesehen? Alles cool, okay. Wir arbeiten uns langsam, aber sicher nach vorne. Und neue Gegner wählen. Schatz, 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 Schatz. Die respawnen da einfach. Habe ich ja... Habe ich ja einen Fehler entdeckt? Ich weiß es nicht. Ah, das ist geil. Okay. Ich geh mal kurz rauf. Geis, ich hab dir gerade deinen Arsch gerettet, gell? Alter, was geht denn ab? Hörts auf mit dem Dreck! Die kommen da runter wie in Scharn! Geis, ich hab dir gerade wieder deinen Arsch gerettet. Und noch einmal. Das kann ja nicht euer Ernst sein. So, den haben wir. Von wo auch immer. Von woher kommt's hier? Geis, ich hab keine Munition mehr mit der. Schade. Aber wir haben ja noch das hier. Ich hab keine Ahnung, was ich da jetzt markiert hab. Aber bitte, kommt's. Zumindest verwenden wir's. Ähm. Ja, in der Richtung. 76 Meter. Durch die... Kirche durch. Genau, und da waren die anderen auch drinnen. Die ganze Zeit. Gebäude gesichert. Los, weiter zum nächsten. Schaut, die, die, die respawnen da, oder? Das ist immer die gleiche Angriffswelle, die da runterkommt. Da oben. Und wieder von hinten. Rein da ins Haus. Alles cool. Was macht's hier da? Ihr sollt... Boah. Ihr sollt stürmen. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Okay, passt. Wo sind zwei Frontverlierer? Sind auf dem Weg. Bereit halten für Luftunterstützung. So, was ist mit dem Flieger? Beeil dich. Alter, von was? Alter, er kommt einfach so rein und schießt mir mitten ins Gesicht. Und ich hab keine Moni mehr. Oh ja, mit der. 2.5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Alter, das war Glück jetzt. Ich hätte die schon gern, aber ich hab halt keine Moni mehr mit der. Nehmen wir lieber die AK. Lad nach. Also da durchzukommen, das wird... Mosin 2.5 hier. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Ende. Alter, bitte. Könnt ihr jetzt mal aufhören mit dem Dreck die ganze Zeit mir da... Das kann ja nicht wahr sein, dass ich da nicht durchkomme. Das ist das Gebäude gesichert. Überbrücken wir die anderen. Kontrollpunkt erreicht. Okay, gut. Wenigstens war es. Das heißt, das Gebäude sollte jetzt auch gesichert sein. 2.5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Ja, ja, passt schon. Alles cool. Unten bleiben. Ganz ruhig. Alter, jetzt komme ich da nicht aufhören wegen dem scheiß Hügel. Wo sind 2.5 hier? Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Na dann. Attacke da drauf. 2.5. Wir haben das Ziel. Alter, was? Nicht sterben. Nur jetzt nicht sterben. Akaros. Warten bis der Helikopter kommt. Tu nix überstürzender. Ach so, das ist meiner. So, wo ist der scheiß Helikopter? Jawohl, Alter. Gib ihm. Jawohl. Akaros. Akaros. 2.5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Da unten. Entschuldige. Alter, jedes Mal. Gebäude gesichert. Sehen wir uns das nächste an. Muss ich da jedes einzelne Gebäude jetzt da infiltrieren? Halt zu wissen, wo der Typ halt ist. So, 35. So, geil. Alles gut. Gut, da kommen wir wieder raus. Wo sind 2.5 hier? Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anwälte. Das ist gut. Ich schicke dich gleich zum nächsten. Ich glaube, das ist... Ich hab keine Ahnung. Das hier? Kann das sein? Wo sind 2.5 hier? Sind auf dem Weg. Bereithalten für Luftunterstützung. Alles gut. Hubschrauber, sehr gut. Da kommt er schon. Ich hoffe, dass das das richtige Gebäude ist. Weg, 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 weg. Hau dich hin. 2.5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verpflichtet sein. Das gibt's ja nicht. Die Waffe ist einfach für neu. Also mit... Ich kann mit der nichts anfangen. Aber okay, gut. Wir haben es wieder gesichert. Wenigstens war es. Gebäude sichern bis zum geht nicht mehr. 20 Minuten. Huh. Ich hoffe, er speichert auch immer wieder brav. Falls ich sterben soll, dass ich da gleich wieder rauskomme. Ist da irgendwo ein Computer? Nein. Na gut. Dann auf zum letzten. 2.5 hier. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Zum letzten Gebäude. Das liegt da hinten. 104 Meter. Äh, ja. Wie soll ich da drüber kommen? Kann ich da rüberspringen? Nein. Achso. Es sollte irgendwo... Ah. Okay. Vor mir. Da. Und da kommt's Burschen. Gehen wir. Jetzt ist halt die Frage... Welches von den beiden Gebäuden das ist? Ich schicke mal den Heli da drauf. Ich schätze mal, dass das beide sind. Wir müssen einfach alles da vorne auslöschen. Was halt geht. Nachladen. Alles cool. Hab dich. Heli? Bist du da? Ja, kommt schon. Sehr gut. Sehr gut. Da sollte auch irgendwo einer sein. Nun seh ich ihn nicht. Sehr schön. Da unbedingt nach vorne stürmen möchte ich auch nicht. Okay. 2-5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Da. Ich hab's doch gewusst, dass da noch einer drinnen ist. Mieses Stück Scheiße, Alter. Versteckt sich da. Naja. Was machst du da? Keine Ahnung. Und ihr? Ihr geht's den drücken da oben nicht an. Gell? Na. Das muss ich machen. Und wenn ich den nicht ausschalte, kommt er wieder von hinten und schießt mir in den Rücken. Na gut. Wurscht. Äh. Da geht's nicht rein. Ich muss den Vordereingang nehmen. Geht's schon. 2-5 hier. Wir sind anglose Bereitungen bei Trockenweiß und aus gar nichts. Ah. 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 Oh, wir haben ihn. Warum hast du das gemacht? Woher war die Bombe? Wer sonst? Wer? Ich will einen Namen. Einen Namen. Ich will seinen Namen. Ah. Sir, das ist sein Handy. Wer war das, Sir? Sakhajew. Imran Sakhajew. Ich war damals nur ein Lieutenant. Ich habe die Drecksarbeit gemacht. Ich habe die Drecksarbeit gemacht. Tschermogül. Weihnachten für die Bösen. Selbst zehn Jahre danach kommen sie hier noch an atomares Material. Und zwar viel. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg ein Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Captain McMillan. Das war das erste Mal. Das allerdings schauen wir uns wieder im nächsten Part an. 25 Minuten sind genug. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Geiler Häuserkampf, muss ich sagen. Auch wenn es mir ein bisschen unlogisch erscheint, dass aus einer kleinen Schorne ungefähr 50 Leute rauskommen. Aber ja, okay, gut. Ich bin ja nur der Spieler. Ein bisschen gefordert, muss ich ja werden. Aber okay, gut. Danke fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Danke fürs Zusehen.